Hallo, ja, ich bin der Thorsten und ja, ich verstehe unter Vielfalt, vor allem heute in der Zeit, wo wir ja alle schon seit Jahrzehnten mit in Deutschland mit den Grundrechten leben, dass immer noch viele Menschen ausgeschlossen werden. Ja, das ist gar nicht so einfach, das auf den Druck zu bringen. Ja, ich sehe einfach dann Vielfalt gegeben, wenn die Menschen, die durch die globalisierte Welt heute aus ihren Heimatländern vertrieben werden, dass die bei uns hier ein Bleiberecht bekommen. Und diese Verantwortung sehe ich auch aus der Geschichte heraus, hier in Deutschland, ja, Menschen, die hier Zuflucht suchen, ja, ein Bleiberecht zu geben. Ja, das finde ich wichtig zum Thema Vielfalt. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020